jo freunde was geht ab und herzlich willkommen zu einem video auf meinem kanal afofu und heute seht ihr schon ich bin hier in fortnite und heute machen wir die challenge nicht in ranked in fortnite wenn ich sterbe muss ich in einem shop mir oder irgendwas geiles für 350 wahrscheinlich nicht ja genau da muss ich mir diesen emote hier holen ist jetzt kein besonderer emote aber ja ich würde sagen wir sehen uns dann auch da in der runde bis gleich so freunde ich würde sagen wir landen da weil da ist es cool und ja so freunde ich hoffe wir sterben nicht direkt weil hier kommt wer mit ja doch nicht doch zack 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 weiß ich nicht 1000 milliarden bonbons jetzt kommt man ein vernünftiger er hier und nicht wieder das komische mit ja die hier brauche ich einfach die beste er die es gibt müsste ehrlich sein einfach geil jetzt kriege ich natürlich nur diese komische dmr ich war ein bisschen auto Oh NIAU! Ah Spaß, keinen Bock. Mhh, Minis kann ich auch mitnehmen. NIAU! NIAU! Ehm Ista! Digger! Alter! Ehm Ista! Perfekt! Habe ich dich gehört? Ich will aber noch die Pampi mehr haben. Da ist er. Hat der mir gerade einen Hit hinter dem Stein gegeben? Digga. Ah okay. Alles klar. Das ist aber Waffen. Scheiße. Da lag noch ein Biggie. Okay. Ich halte jetzt nicht damit gerechnet, dass da von oben noch ein Gegner kommt, aber warum nicht? Kein Bock auf Pizza. Ja die Minis kann ich noch mitnehmen. Wo wird hier geschossen? Hä? Wo ist der Gegner, der gerade hier gefeiert hat? Warten. Ich will ihn jetzt finden. Okay dann nehme ich halt erstmal den Ort ein. Da ist er. Der mein Bauern. Hä? Wo ist der? Da. Ne. Hä? Boah ich bin verwirrt. Hm. Chip Break? Habe ich ihn getroffen? Habe ich ihn Schaden gemacht? Nö. Habe ich ihn Schaden gemacht? Vielleicht nicht. Wo ist der? Der baut sich jetzt nochmal hier ein Hotel oder was? Alter! Alter! Boah! Fortnite. Das habe ich nicht geplaced. Oh, hit sub! Stop! Wer bekommt die Wall? Du hast die Wall, Digga! Digga, jetzt schießt von... Kein Bock mehr, Digga. Ehrlich, nicht. Haut alle ab, Digga. Wirklich auf diesen Dreck. Schießt von hinten einfach irgendwer mit Rocket Launcher. Das ist ja egal. Mann, Mann, Mann. Jetzt hatte ich da wenigstens jetzt so jemand getötet. Muss ich den noch finden. Hielt sich wahrscheinlich gerade. Oh, er cracked seine 90s. Hm, er baut da irgendwas ab. Nein! Das ist der mit dem Rocket Launcher. Ja! Let's go! Ich bin doch da, Digga. Nachdem ich komplett Scheiße gespielt habe, spiele ich immer noch Scheiße. Oh, Mann, Digga. Ich mag das nicht, wenn man nicht gut ist. Aber wenn man mal gut war, Digga. Das ist noch damals meine Priority. Ich habe jeden Hit getroffen. Ich muss Creative Aim-Maps spielen und Bau-Maps. Damit ich wieder reinkomme. Ich habe zu viel FIFA gespielt. FIFA macht gerade eh keinen Bock, Digga. Deswegen spiele ich lieber Fortnite. Peace again. Boah. Noch mal was Geiles hier. Muni nehme ich noch mit. Ich finde es halt irgendwie geil, dass die alte Map wiederkommt. Aber auch Scheiße irgendwie. Ich finde, Chapter 2 Map war mit Abstand die geilste Map, die ich je gespielt habe. Und Chapter 3. Das war so geil, Digga. Vor allem in den Winterferien. Jeden Tag um 9 Uhr aufstehen. Man macht ein Video, Fortnite. Und man spielt mit seinen Freunden. Es hat einfach Bock gemacht. Es war einfach geil. Es war einfach geil. Es war einfach geil. Was geht denn hier hinten ab? War hier nicht gerade was? Ich habe hier gerade was gehört. Ich kann es sehen. Oh, ja. Oh, der hat mal One-Shot. Huch. Oh. Ich konnte nicht mitnehmen. Weil ich habe ... Ne. Oh, hier oben geht jetzt auch was ab der. Schüüüü. Hat der denn Wicke oder so? Ne, aber das hier. Das nehme ich. Oh, Schildfisch noch geiler. Da crashe ich mal richtig rein. Ach so, das sind wahrscheinlich die Gegner, ne? Die auf einen schießen. Was hat er nicht gemacht? Alter Potz, ich will euch helfen. Kauen. Kauen. Kauen bringt dir nichts. Kauen bringt dir nichts. Oh. Das war nicht so geplant. Und ... Gut. Ich fahre mal ein bisschen weiter in die Zone, damit ich mir nicht die ganze Zeit Gedanken machen muss, dass ich nicht in der Zone bin. Dieser Gegner hat sich aber auch in der letzten Millisekunde noch gesaved. Der hatte sein Hexenwissen. Benutzt hat ... Kaum redet man über ihn, ne? Kommt da wieder. Ach, jetzt versteckt er sich wieder hinterm Baum. Natürlich. Alter. Ich bin stuck, Digga. Das sieht mich nicht. Bam! Natürlich! Und jetzt haut er ab, Digga. Ich bin One-Shot und er haut ab. Krass. Krasse Taktik, Bro. Krasse Taktik. Ich bin One-Shot und du haust ab. No, nicht. Ich glaub, er feiert gerade. Oder er schießt auf mich. Kann auch sein. Ich glaub, er hat beides. Hm. So geht's auch. Ich bin weg. Der schießt nicht auf mich, oder? Woher, Digga? Woher? Woher kam der? Alter, ich hab den gar nicht gesehen. Und Kamehameha. Schade. Wehe, du hittest mich. Wehe, du hittest mich nochmal. Ho! Der kommt jetzt. Meine Zone. Ich brauch das. Ich brauch da diesen Wind. Oh, Digga. Ich hab keinen Mettnebel oder so mehr. Mann. Warum mit dem Grünnil? Wienil. Ich muss in den Busch. Bitte lass da irgendeine Kiste oder so drin sein. Nein. Oh Mann. Kurz davor zu verrecken. Und ich hab immer noch grüne Waffen, weil ich nichts gefunden hab. Ja. Früher waren bei mir fünf Kills. Nochmal. Ein Hexenbesen. Oh. Mein Lebensretter. Geil. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau ist, sich mit 67 HP da einzumischen. Ich brauch diese Kiste hier. Ich brauch diese Kiste hier. Natürlich. Kenn man ja nicht anders. Der da chillt grad safe wäre. Aber ich muss hier hin. Ich kann hier bestimmt in den Busch. Das war ein bisschen eklig, aber egal. Warte hier, bis der hier aus der Zone kommt. Komm, scheiß drauf. Doch unbedingt ein Metall, Digga. Hier ist er gestorben. Darum chillt jetzt einer. Ein bisschen doof. Oh, da liegt ein Teil. Oh. Und Holz. Oh, nice. Ich bin full Holz. Äh. Ein Geschütz. Okay. Ich bin weg. Tschüss. Zack. Oh Mann, warte. Das heißt, der ist vielleicht low. Da liegt Loot. Aber es leben immer noch vier Gegner. Der wird jetzt gleich zu 100% ein Gegner chillen. Hm. Oh. Da unten chillt ein Gegner. Im Wasser. Der ist nicht mal in der Zone. Warum, gell? Was ist denn was? Was ist denn was? War der da drin mehr? Oh, ja. Da. Das ist nicht. Da. Auf den? Da schießt er irgendwo hin. Ich kann mich halt nicht anschleichen, ohne dass er sieht, dass da wer schwimmt. Komm, es muss noch einer sterben. Am besten zwei natürlich, aber dann chill safe in der Box. 100%. Oh. Seh mich nicht, seh mich nicht. Gut. Dann ist noch ein Gegner. Und da oben auch. Okay, wir wissen, wo alle Gegner sind. Kannst du mal pushen gehen? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oh nein. Wuii. Und da. Marcel Davies. Ich hasse das, wenn man nicht schießen kann. Ich hasse das. Und der hat mir noch so einen krassen Hit gegeben. Tschüss. Gehen wir in die Zone, ja? Ja. Ja. Warum nicht? Ich wollte da nicht mitkommen. Oh nein. Ich geh jetzt zu dem Gegner ja gerade. Waaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Jaaaaaaaaaaah. Oh. Ah, das war so klar. Ja, okay Freunde. Ich muss mir jetzt ein E-Mode kaufen. Gar kein Bock. Aber ich muss es tun. Denn ich halte mein Wort. Mhm. So. Oh ja. Jetzt würde ich nichts anderes für 300 oder so. E-Mail ist einfach langweilig. Ja, dann hol ich mir diese Lackierung hier. Zack. Besser. Na okay, Freunde, ich würde dann sagen, das war's noch mit diesem Video hier. Und tschau, tschau.